So, Level 22 von The Dark... Ich hab schon wieder das falsche Dokument. Ich blende mal hier auf und gebe mal das und dann das. Dankeschön. Gut, okay. Dark Encounter Level 22, worum das jetzt nochmal heißt. Boah, so ein Stück aus hier. Da sind doch nicht mal Imps. Verstehe ich nicht. Ach, die kommen hochgefahren. Ist ja nett. Okay, wir haben also ein bisschen Zeit, um uns zu verstecken. Die gesamte Map basiert hier auf diesen komischen Schrägen. Boah, Alter. Okay, ich versuch's jetzt gar nicht. Ihr alle weg, alle weg. Nein, ich hab's extra versucht mit Rüstung aufzusparen, aber ihr macht einen das Ding echt zu hören. Das ist so nicht mehr richtig. Das könnt ihr eurer Großmutter erzählen. Meines wegen. Macht, was ihr wollt. Ich für mein Teil. Hab keinen Bock. Da müssen die alle hin. Oh, alle weg. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Ja. Komm, ich brauche. Einer muss überleben, damit ich Leben habe. Ach was. Ja, alles weg. Bam, 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 bam. Ja, die zum Beispiel. Dankeschön. Die zum Beispiel. Ja, schön. Und jetzt noch du, komm. Perfekt. Das war nicht mein Fünftel an Gegnern. Könnt das Ganze jetzt 100 Mal, oder was? Ja, 300 Gegner. 300 Gegner. Ja, wollt mich mal verarschen. Äh. Oh, okay. Sieht sehr übersichtlich aus. Denk ich. Gehst du vor Rüstung? Na? Nö, komm, vergiss es. Kannst du selber machen. Ich frag dir hier nicht deine Anweisung. Wer bin ich denn? Keine Rüstung, kein nichts, kein gar nichts. Ah, komm. Wiffer kann ich sowieso wieder verlieren. Park auf. Tschüss. Tschüss. Ah, komm. Wiffer kann ich sowieso wieder verlieren. Ah, komm her. Hallihallo. Oha. Das müsste es sein, wollen wir nennen. Wo denn da? Wollen wir nennen? Ach das. Noch einer? Ja. Ja. Man muss nur wissen, wie man die bekämpft. Und ich sag mal so. In der Kettensäge hat es ja jeden überzeugt. Auch mein Schuldeneintreiber. Ja. Er steht direkt vor mir. Er könnte alles mit mir machen. Er könnte mit vergewaltigen, mit handeln, abschießen. Ja. Und was macht er? Haut erst mal vor mir in die Luft. Keine Ahnung, ob das so regnet sein sollte. Aber wenn ja, ist er in die Ruhe gegangen, weil es regnet nicht. Oh mein Gott, Alter. Wie viele Webber nennt's? Hallihallo. Boah, Alter. So langsam, ne? Bezweifle ich, dass das hier noch legal ist. Oh, das ist ja noch einer. Oh, Alter. Kommt mal her. Schöner Rückzugsort hier. Wir sind jetzt so. Das wird leer. Boah, Alter, wie viele hier einfach. Kommt, ich hab's nicht mehr. Komm, komm, ich hab's doch alle hier. Hauer. Voll in die Eier. Das ist nicht nett. Dankeschön. Kommt noch jemand? Ihr könnt ruhig mal hier ein paar Runen droppen, ne? Also, wenn schon so viele, dann auch ein paar Runen hier bitte, ne? Also, gute Sitten müssen schon gewahrt werden. Alter, ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch das Heilrecht das Ganze hier eigentlich jetzt mittlerweile ist. Goddammit. Nice, gefällt mir. Halli, halli. Da waren ein paar viele, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Kommt du mal her. Los, ne Hälfte. Ihr alle herkommt. Und zwar zackig. Hab keinen Bock hier, alle hinterher zu rennen. Ah ja, mach was du willst. Oh, da kommt schon der Nächste, sehr schön. Komm, komm, nochmal. Ja, mach dich jetzt mit vierseitig fertig. Ich muss mal mit. Oh. Oh, hä, der ist doch schon weg. Halli, hallö. Die Post ist da. Es gibt die Post ab. Oh, sie konnte ich immer nur einmal springen. Doppel, äh, doppelt noch hat er gar nicht. So, jetzt war es Schluss, sorry, wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Komm ich noch gar nicht rein, ich brauche eine gelbe Karte. Okay. Dann suchen wir mal eben jene gelbe Karte, wo man hier ist. Da ist ein dickster Monster, da ist offenweise Boni. Ach, hier geht's ja auch noch außenrum. Möchtest du mich verarschen? Ho, ho. Halli, hallö. Wo, 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 wo. Easy, 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 easy. Keine Gewalt hier. Ich sagte, keine Gewalt. Komm, grünen wir bitte zu. Da versuchen wir uns freundlich, was denn? Nö, überwunden. Kein Respekt mehr. Komm, naja. Ich trau's dir eh nicht. Arschloch, das Unfer. Schieß dich aus dem toten Winkel. Oh, oh. Da sind ein paar viele. Ja, Huhn. Jetzt wird gefickt. Komm her. Ja. Ja. Wo waren die jetzt eigentlich? Ach, hier ist der gelbe Schlüssel. Hä, wo sind die denn? Wo bin ich hier? Kann ich mal durchgehen? Ob ich zu was komme, herunter, bam, bam. Werde, wo es Flieger geht. Die Leberle macht. So, erstmal Q holen hier. Dankeschön. Jetzt runter und ab zur gelben Tür. Ich muss hier mal ein bisschen Effizient ablaufen hier. Ist ja mal gar nicht. Und jetzt? Ähm, ich weiß nicht, wo ich kasseln muss. Ach da. Oh mein Gott. Kann ich ja gar nicht durch. Oh, ich weiß nicht. Jetzt rieche ich ja doch durch. Wo bin ich denn hier? Ach, kann ich doch durch. Ähm, wem war ich zuerst fertig? Komm dich hier. Du riechst so gut. Na komm, 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 komm. Dankeschön. Dankeschön, das ist der nächste. Einmal sterben, gerade ist. Wer will noch nicht? Äh, wer will noch nicht? Da komm, ich guck dir. Dankeschön. Oh, wow. Äh. Harley, oh ja. Junge, komm mal. Du! Antraben. Hallo? Ähm. Ich seh' dich. Nein. Ah, ja, schon klar. Oh, nein, ja. Alter, das mit diesen halbtransparenten Vorhängen hier, das ist ja schon echt geil. Oh, mein Gott, ja. Yay. Ich seh' dich hin. Weißer Richtung. Ich bin gleich mit dem Wurst. Ich bin quasi spielen da, hier. Ich seh' dich hin. Soll ich jetzt mal langsam zurückgehen? Meine Rüstung ist quasi aufgebraucht. So, hier war ich. Na komm. Ach, scheiße, ich hab die Zellen vertauscht. Ich dachte, das hätte was abgelaufen. Egal. Dumm gelaufen. Na komm, jetzt her. Da unten. Ernsthaft? True story? Ah, hier geht's hoch. Net? What the fuck, Alter. Diese Shade Gunner, die machen so viel Damage. Vor allem, wie gesagt, die erzeugen auch noch so einen Rückstoß. Kann man sich quasi gar nicht gegen wehren. Also mit einer Kette zu legen, die Fischer definitiv nicht klein zu kriegen. Ich mach diese Optik hier mit diesen ganzen schrägen Dingern. Wo? Eine Spinne und ein fucking Mancubus. Äh, Kackodemon. Ja, der wurde gesoffen. Oh, der ist weg. Wo ist jetzt die Spinne? Erstmal, wo ist dieser scheiß Pinky? Die hat's halt rum. Ist der hier unten? Ja, der ist doch. Was auch logisch war, weil die springen gerne mal in den Abgrund. Meine Frage ist, wo ist jetzt diese scheiß Spinne? Oha. Alter, die Leute. Spinne gefunden. Alter, die. Oh, ey, Leute. Leck nochmal am Arsch hier. Komm her. Oh. Okay, jetzt kommt die Spinne dran. Jetzt kommt der, äh... Da hinten. Haha. War das klar, klar? War das klar? War das klar? War das klar wie ein Schloss? Ja. Oha, was? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Alter, was mich schon wieder abgeht. Meine Fresse. Aleluja. So eine extrem weite Meta kann ich überhaupt nicht zielen. Ich meine, gut, ich könnte jetzt unser Gewehr benutzen. Ah, nee. Viel weiter gucken kann ich mit dem auch nicht. Na, komm. Denkst du, so ein paar Raketen beeindruckt mich jetzt hier? Gib dir mal ein bisschen Mühe. Ist er tot? Man weiß es nicht. Oh, das ist Teleporter. Also, wie lange lebt denn die eigentlich? Habe ich nicht so weit zum Schussfeld, oder was? Ist er beängstigend. Alter, wie lange? Äh, jetzt bin ich so blöd, ich gehe am besten zu dem. Nee, sorry, aber das ist ja was zur Hölle. Ich scheine dem gar keinen Charme zu machen. Entweder sind meine Waffen nicht weit genug von der Reichweite her, oder ich zerfe ich mal nicht, keine Ahnung. Ich kann jetzt einfach mal... Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke und Api. Alter, wow. Nein! Oh, er ist halt jetzt? Wir sind tot. Leben, ich brauche Leben. Lebt hier noch ein bisschen Leben? In irgendwem? Ja, das Leben. Yay! Na, komm, komm. Nein. Oh, wir haben zwei große Rüstungen. Das ist aber nett, das ist aber großzügig. Dann muss der eine direkt schnappen, oder? Na, komm, die Pär. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne. Boah, du Scheiße, Alter. Direkt hier abgefickt, abgefuckt, abgeschessen. Du, sterben. Du, sterben. Der nächste wird auch sterben. Alter. Der Jaffi auf dem Bazar. Nein. Wo denn? Da. Ich hab doch gerade geguckt, ob hier noch einer lebt. Könnt ihr euch mal bitte einig sein, ob ihr jetzt lebt oder tot seid? Du, Anker. Geht doch, Alter. Oh, du Scheiße. Ich bin raus. Ich hab's nicht gebrochen. Äh, Motto, bitte. Woll. Darf ich überhaupt hin? Ne, kann ich noch gar nicht hin. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hin darf. Also, hier kommt ich hoch. Das heißt also, das hier ist noch legal. Und dann komm ich hier nicht mal weiter. Wow. Ne. Also, muss ich schon sein. Ist ja schade. Ach, du Scheiße, Alter. Jetzt reicht's doch langsam. Du kommst her. Komm, Anker. Dankeschön. Du auch herkommst. Wenn ich den fest. Du kommst jetzt her. Meine Hand, Alter. Ich schläf mittlerweile echt ein hier. Ja, komm runter und schieß dich die ganze Zeit hier. Meine Fresse. Kriegst du aber auch die Redie danach, ne? 150 Leben geht schon mal. Boah, Alter. Zwei. Mach doch, was du willst. Es werden immer Bearweather nennen es hier. Wo bist du? Wo bist du? Gut, so kann ich mal lang, also ich komme von hier, das heißt, ich kann nur so lang. Ich muss hier gerade auslaufen. Okay, so, dann kommen wir hier lang, dann kommen wir hier einmal, ach du Scheiße, leck wieder nach. Nee, du jetzt. So, reißt du da lang? Kannst du bitte einmal sterben? Ist mir gerade ein bisschen zu viel. Dankeschön. 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 Oh Mann, noch mehr Mensch, ihr wisst schon, diese Fische halt. Im Sprung gestorben, Alter. Wie du bist. Na komm, komm. Wo denn? Da. Der lebt noch? Was für ein Arschloch. Kann er nicht einfach mal sterben behalten? Die mit seiner scheiß Giftwolke? Der verpässt doch die gesamte Umwelt. Ich glaub wir haben ihn, oder? Ja, haben wir. Ah, noch ne Spinner, Alter. Ernsthaft? Ja komm, wo ist der, der scheiß Impf? Gut. Erstmal hier saven. Oh nein. Warum, 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 warum. Nein, du musst das ja. Wo bin ich denn? Fuck. Okay. Nee. Hey, hier ist noch ein Impf, oder? Ja, dann. Wow. Ach so Scheiße. Scheiße. Komm her. Okay. Dann heißt das wohl jetzt, da kommt der Rote ran. Der Rote Riese. Was machst du denn da? Nö, wo wirst du? Ach so, wie kann er die bloß denn wiederbeleben? Zu meiner Zeit muss man das vorhin noch beantragen. Ja klar, wir leben doch jetzt alle wieder. Nö. Komm, fick. Dich. Das hab ich so an diesen Roten, ja? Die beleben einfach alle wieder, die man erstmal hier voll runterkommt hat. Oh Mann, leck mich doch, du Fotze. Gehst du schon wieder raus? Die roten Fischer sind echt nervig. Also, jetzt mal no story. Äh, no joke. Das Problem ist, egal wie stark die Fischer sind, die können die einfach unendlich schnell, äh, praktisch wiederbeleben. Und dann brauchst du erstmal 50 Sekunden, oder 50 Minuten, keine Ahnung, äh, um da erstmal drei so eine riesen Roten umzubringen. Und dann kommt der, läuft er ja mal durch und alle drei leben einfach wieder. Pupp. Das ist sowas von. Das ist fast genauso unfair wie meine Kettensäge. Oh Gott. Was machen die denn da? Hä? Wieso reagieren die nicht auf mich? Ist ja mal interessant. Na gut. Wenn die nicht auf mich reagieren, kann ich einfach mal durch. Alle hallo? Ja. Hä? Ähm. Hi. Hallo, ich bin der Ronny. Das ist hier so ein Vorstellungskomitee. Holger zu spüren liegen? Wie ist das hier gerade irgendwer so klein? Wo ist das schon stockbed? Oh Gott. Ja, nein. Der Ronny, gibt es, also glaube ich, dasaarbe. Es muss ja �peren. Ja. keine ahnung was da gerade abgeht aber es gefällt mir wieso brauchen die ewig bis sie sterben macht man jetzt hier ich kann jetzt nicht alles umbringen den verlegen habt ihr eigentlich noch richtig normaler das kann ja nur mal jetzt als versuch so gehen wir mal hier hin jetzt sind wir mal die hier nein die hier sagen wir mal kriegen überhaupt schaden die haben keinerlei interaktion mit der welt ist das lesbisch alter leck mich doch am arsch na gut wir sind aufgeladen die 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 was los abgestürzt Nö. Ja, das funktioniert auch. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwie ist grad die gesamte Engine ein bisschen, oder? Was zur Hölle? Ja, da unten bewegt sich auch noch was. Einfach ein bisschen, äh, das ist dann wieder. Ja, da, hier. Wo? Achso, jetzt mal hier von meiner Karte. Hier ist alles tot. Was hat uns der Wickel-Tank nicht gebracht? Achso, das da. Ja, das geht auch noch. Können wir mal speichern. Man kann ja nie wissen, ne? Ah! Was zur Hölle, war das denn bitte? Jetzt! Was zum dreimal durchgefickt? Was zur Hölle, was ist hier grad passiert? Ich will echt gerne wissen, was hier grad passiert. Was war das denn grad? Alter, sowas... Sowas hat sich ja auch echt noch nie gehabt. Also jetzt mal ganz, kompletten No-Joke, ne? Also... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wir sind falsch abgebogen, mitten da vorne landen muss. Ja, der wird jetzt. Äh, wo? Da genau, erst hier los und dann aber da vorne, äh, rechts bleiben. Ach, da oben müssen wir landen. Komm, hoch, hoch, hoch! Jawoll! Nein, ich wollte da ran! Hä? Mann, ich wollte Kettling ausfielen. Ich ziehe! Oh! 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 Oh, oh! 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 Na komm! Achso, weil du passt ja. Lebe auch zu wenig Schaden. Was zur Hölle? Da jetzt, wo hier alle weg sind und ich mich völlig nicht mehr aufladen kann. So, hier muss ich mal denken, das ist eine Falle, also... Oh Gott, geht das hier tief runter. Man sieht ja leider nichts. Aber doch, so kann man es sehen. Ich komme hier von allen Seiten. Boah. Da weckt mich doch am Arsch. Nee, ich brauche mal eine bessere Strategie. Das geht ja drüber gar nicht. ... ... ... ... Schlafen geht auch nicht. Na gut, los der Buddy. Da fängst du mal Stege? Nein, nicht du, du. Oh, ist ein Kopf. Oh, Alter, leck mich doch noch mal. Ach so, der ist ja ziemlich wunderbar. Na gut. Na gut. Hier ist ein Schalter. Ach so. Gut, dann können wir jetzt noch mal da draußen ein bisschen aufräumen. Wenn wir jetzt aufräumen, halte ich einfach nur schon mal meine Rüstung zurück. Ah, ich schlägt fest. Tschüss, ihr Bitches. Ich bin noch weg. Oh Gott. Oh, also. Ist das noch jugendfrei? Die Geräusche auf jeden Fall nicht. Die Geräusche sind definitiv nicht jugendfrei. In dem Sinne SchaumeV. Oh Gott.